So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, give auf Trotz. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. Geht doch. Erst habe ich gedacht, das ist wie so ein Manneken Piss oder sowas, aber dann habe ich gesehen, dass da unten ja noch was dran hängt. Also ganz unten. So. Das sieht gut aus. Ah, nein, Fudge. Smooth. So. Hey. Oh. 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 Reicht doch zum, zum sowieso nicht rein treffen, reicht's doch. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Siehste, die Fuchtel immer. Das versteht komische Programmierung, oder? Die Fuchtel immer mit dem Arm rum. Ach, uns geht's ja so schlecht und so. Und , so, ha, 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 ha. Und da ist der Gold auch drinnen. Mach hoch, ha, 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 ha. Das sind seine Gene, seine programmierten Gene sind das. Komisch. 22 kann mir mal wissen gut vernünftig gucken auch nicht eins eins halbes anderthalb so ach ja ist ich sitze hier und warte das weitergeht ich bin ja der macher stimmt ja ich muss ja mindestens eine aktion veranlassen was war das denn für ein scheiß ich mich verquatscht und und gedacht ach du musst ja loslassen aber die ist schon lange drüber war über dem ding er ist nicht ganz einer das ist so ich hab das loslassen vergessen ja ja noch ein zur strafe für die eigentliche tustlichkeit so geht das so geht das halt da lang muss ich man muss ihn ja auch loslassen stimmt die schönen bürger dies es sah gar nicht so schlecht aus ja es sah nicht schlecht aus die Der letzte der Reals-Score-Holls kommt hier an der Bernalben-Holl, der 17th Par-5-Strecht in 575 yards. Most players will be able to get it over the fairway bunker down the left-hand side, some 275 yards off the tee. And from there, it's a pretty straightforward second shot with a long iron, maybe a fairway wood. Those who like to lay up have to be mindful of the fairway bunker down the left-hand side. You can't get careless and knock it in there. Anywhere up and around the green, though, with your second shot, you should have a good opportunity to get it up and down for the birdie. It's been a good year. Three wins so far this season. Ja, die oben können natürlich schön gucken, ne? Die können schön sehen, ja? Wobei, wo mir fehlt, was an der Mütze guckt. Da wachsen schon die Haare durch die Mütze. Ja, da wachsen. Ja, da wachsen. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Oh! 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 Was mein kommt? Ein Momentchen. Ich konzentrierte schonstens zwei zwei Buggy's und sie fressen. Vorhin. So unnötig zwei Buggy's. Warte was, lange direkt vom Loch. Hm. ein wundervoll ja ja direkt oft auf die grün machen wir jetzt hoffe ich doch nicht wasser bitte nicht wasser macht doch aufs grün mach doch aufs grün ach da ist schon jetzt erst mal erste runde ach ja dann haben wir ja nicht so viel ein gewissen viel ein gewiss viel verkackt das ist das aber auch 16 das war so noch nicht so 15 16 was jetzt ja fortsetzen natürlich hallo bist du denn müssen wir doch wollen wir aber fertig werden hoffen wir das war doch gut voraus kommen Ich bin Luke Elvie, hier mit Rich Beam. Und Rich, als das nächste Golfer beginnt der Tag, was du denkst über ihre Chancen? Wir sind in der Top 5, start in der Finale Rounds, so es ist ein guter Woche. Aber es wird nur ein erfolgreiches Woche, wenn sie die Wünsgleich kommen. Was verdient man denn so als Profi-Golfer, was kann man denn pro Turnierer kriegen? Es ist wahrscheinlich auch stark unterschiedlich, ne? So, falsche, falsche Joystick. Meter, 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 kein Gegenwind, das müssen wir ausnutzen. So, falsche Joystick. So, falsche Joystick. ich habe ja nicht gar nicht so eine karte umhänge dass ich überhaupt so mit so ein band dran so um als was wir unseren hals umhängen mit paskel drauf und so dass ich hier überhaupt umlaufen darf oder offiziell nicht dass ich mich noch ausschmeißen kurz vorm loch ach so 0 prozent mal das ist ein Bunko kommende Das ist ja cool. Ja, mehr haben wir nicht. Stärken Schläger hatten wir nicht. Ich vermute immer, dass wir den passendsten Schläger in die Hand gedrückt kriegen. So, jetzt geht die Rechnerei wieder los. Und eins, zwei und ein bisschen. Eins, zwei. Zwei. Eins, zwei. Und noch ein Viertel. So. So ungefähr. Ungefähr. Ungefähr reicht nicht, was sie sehen. Ungefähr ist nicht genau genug. Das ist das, was sie haben für eine Part. Das ist die Träger. Für die Part. Das ist die Träger. Das ist die Träger. Das ist die Träger. Vielen Dank.